Jetzt gibt es Liebeserklärungen, aber Liebeserklärungen an den Fußball. Ich war 2006 während der WM Poolwächter der Nationalmannschaft. Das muss man vielleicht erklären. Eine Freundin von mir leitet so einen Reinigungsbetrieb in Berlin. Als die mir sagte, dass sie dieses Schlosshotel Grunewald reinigen wird während der WM, da wusste ich sofort, was passieren wird, und habe mich auch beworben, also mit ihrer Hilfe. Allerdings musste man auch bei der FIFA, bei dem Sicherheitsstab der FIFA, seine Personalien einreichen. Das war dann relativ kompliziert mit Schufa-Auskünften, Innenministerium, BKA, Unbedenklichkeitsbescheinigung bei der Krankenkasse. Also ich war schon wirklich mit den Nerven am Ende. Und dann kam irgendwann die Zulassung und ich wurde Poolwächter der deutschen Nationalmannschaft. Ich lese die erste und die zweite Poolnovelle aus den Liebeserklärungen an den Fußball. Also sprach Metzelder zu Mertesacker. Heute ist mein erster Tag als Poolwächter. Meine Aufgabe ist es, Blätter und Insekten, die in den Pool hineinwehen, mit einem Kescher herauszufischen, Handtücher auszuwechseln, die rot-weiß bezogenen Liegen nach Benutzung wieder Liege fertig zu machen. Ich darf leider nicht herumlaufen. Natürlich würde ich gerne nachgucken, was sich in der Lobby oder an der Kaminbar tut, aber die Laufwege sind von der FIFA vorgegeben. Meiner geht von der Einfahrt an der Bramstraße und dem Checkpoint der FIFA direkt durch den Garten zum Poolbereich. Ich darf keinen Meter von dieser Strecke abweichen. Mein Gott, wenn wir doch nur den Kongo, Afghanistan oder den Irak so absichern würden, wie die FIFA den Grunewald. Am Pool sitze ich in Uniformen, auf einem erhöhten Stuhl, ähnlich wie die Schiedsrichter beim Tennis oder die Küstenwache an der Nordsee. Ich habe mir vorsichtshalber etwas zu lesen mitgenommen. John von Düffels Roman »Vom Wasser«, den will ich schon seit einiger Zeit lesen. Es ist 9.10 Uhr. Oliver Kahn erscheint mit Schlosshotel-Badeschuhen und Bademantel. Er nickt freundlich. Kahn, also ich nicke freundlich. Kahn nickt auch. Dann taucht er mit Kopfsprung in den Pool. Wasser spritzt auf mein Buch. Auch jedem anderen Menschen würde ich was erzählen, der so in den Pool springt, dass mein Eigentum nass wird. Aber jetzt, jetzt bin ich ergriffen. Wasser, das Kahn verdrängte, auf von Düffels Buch. Kahn krault vier Bahnen, nimmt den Bademantel, für das Gesicht ein Handtuch, das er anschließend auf die Liege wirft und geht. Ich bleibe eine Weile regungslos auf meinem Sitz, dann steige ich herunter, nehme das Kahn-Handtuch, um es vorschriftsmäßig in einen Korb für benutzte Badehandtücher zu werfen. Dann habe ich ein Blackout, ein Schwindelgefühl, vielleicht verursacht durch eine Form von Emotion, die ich von mir noch nicht kannte und welche die FIFA zu kontrollieren nicht imstande gewesen wäre. Gut, ich war in meiner Jugend ein Fußballwahnsinniger. Ich wollte Nationaltorwart werden. Ich habe irgendwann angefangen, die Phasen meines Lebens im Rückblick an EM- und WM-Turnieren auszurichten. Wenn jemand fragt, was ich zum Beispiel nach dem Abitur gemacht habe, dann fällt mir immer erst die von Toni Schumacher unterlaufende Flanke im Finale 1986 in Mexiko ein. Im Prinzip bin ich heute erwachsen, manche halten mich sogar für einen intellektuellen. Ich bin komischerweise auf dieser Zitzero-Liste, auf der auch Habermas und Alexander Kluge sind, Platz 140. Aber nun am Pool mit Kahns Gesichtshandtuch? Ich bin komischerweise auf dieser Zitzero-Liste, auf dieser Zitzero-Liste, auf dieser Zitzero-Liste.